Grüß euch liebe Freunde von der Schatzkammer. Die Jury ist heute zusammengekommen hier am Gemeindeamt und wird die Bilder vom Fotowettbewerb für den Endspurt jetzt auswählen, die dann auch in die Zimmer in der Schatzkammer aufgehängt werden. Es sind gewaltig viele Bilder eingesendet worden. Also über 400 Bilder von 15 Hobbyfotografen sind bei uns eingegangen. Mit der Bayballer Jury sind unser Bürgermeister Manfred Nenning, der Leader Manager Manfred Hinterdorfer, die Kunsthistorikerin Mag. Birgit Leupold, unsere Amtsleiterin Mag. Birgit Aigner-Brunhofer und die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Bad Kreuzen, Frau Silvia Leitner. Der Ablauf der Auswahl ist so, zuerst wählt jeder seine 20 Favorites in der Grobauswahl und jetzt bestimmen wir 50 Bilder, die dann auch wirklich in der Schatzkammer vorhanden sein werden. Ich sehe da viel Punkterl. Viel Punkterl ist für diejenigen, die die Bilder eingeschickt haben, eine ganz klasse Geschichte, weil die Chance, dass die Bilder hängen, die werden immer größer. Die Burg wird mit diesen Bildern sicherlich eine ganz tolle Bereicherung bekommen und in die Zimmer wird man sich wahrscheinlich beruhigt und sorgenfrei ins Bett legen können, weil das wirklich eine ganz tolle Geschichte ist. Ist Strudengau in Büdern gut vertreten? Das glaube ich schon. Vom Wasser, von der Donau beginnend, über die schönen Granitformationen, die in der Region vorhanden sind, bis hin eben zu den Wanderwegen, den Schluchten, Wolfsschlucht und so weiter. Also ich glaube, ein sehr guter Querschnitt. Ja Silvia, was sagst du zu den Büdern? Glaubst du, eins dazu, außer Korn in ein Zimmer gehängt zu werden? Ja natürlich, weil nach dieser Vielfalt könnte man pro Zimmer drei Stück reinhängen. Ich möchte mich auch ganz herzlich beim Team von Strudengau TV nur bedanken, vor allem beim Johannes Gstöttenmeier und der Maria Gstöttenmeier für die tolle Abwicklung von diesem Fotobewerb. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Philippit Bon encouraging den Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal,